Ja, ich bringe Weigold und Emilio mit für die Touren. Beide sind im Moment toi 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 in einer sehr guten Verfassung. Ich hoffe, das bleibt so und wir sind sehr gut vorbereitet, wenn wir nach Aachen kommen und dann können wir das dann entsprechend abrufen. Da ist natürlich viel Erwartung, viel Erwartungshaltung und Erwartungsdruck von allen Seiten, natürlich auch von mir selbst. Trotzdem wissen wir alle, wie schnell sich das Rad auch drehen kann. Ich weiß, dass meine Kolleginnen und Mitstreiter Laura Graves und auch natürlich Kerstin DeFour, die sind beide sehr tough und sehr sharp to win, wie wir das so schön sagen. Und jetzt wollen wir mal sehen, was wir da auch gegenhalten können. Sünke Ruttenberger ist in der Top-Verfassung. Also wir werden hoffentlich sehr schön spannenden Sport sehen und können am Ende hoffentlich uns beweisen.